Herzlich willkommen zum zweiten Modul, zum Tutorial vom Programm PaintNet. In diesem Modul geht es um Auswahlbereiche und Ebenen. Das klingt jetzt erstmal ziemlich kompliziert, ist es aber nicht dafür sehr, sehr nützlich, wie ich dir jetzt anhand eines einfachen Beispiels zeigen werde. Im Gegensatz zum Rummalen im ersten Modul nehme ich diesmal kein leeres Bild, sondern öffne eins. Ich habe hier so ein schönes Bild von ein paar Bergen, das sind die Mandelwände. Ich kann hier ein bisschen zoomen, das geht mit Steuerung und Mausrad am besten, oder auch zur Not hier mit den Tasten unten rechts, aber Steuerung und Mausrad ist besser, denn dann zoomt es dorthin, wo auch gerade der Cursor steht. Das heißt, wenn der Cursor hier zum Beispiel auf dieser Berghütte hier gerade steht, und jetzt tippe ich Steuerung und drehe das Mausrad, dann zoomen wir auch genau dahin. Was hier zu sehen ist, ist die eine Berghütte, die heißt Arthur House, und das soll jetzt auch beschriftet werden, damit ich jemandem zeigen kann, da ist das Arthur House. Das Textwerkzeug habt ihr bestimmt schon da links entdeckt. Jetzt gehe ich hier, tippe ich das Ganze und dann kann ich hier eingeben, das soll das Arthur House sein. Wenn ich jetzt eigentlich rauszoome, dann stelle ich fest, okay, das ist ein bisschen klein geworden, das sieht man nicht so gut. Aber wie ich bereits im ersten Modul erklärt habe, zu den Werkzeugen, gibt es immer hier oben so ein Eigenschaftsfenster, das sich je nach Werkzeug verändert. Jetzt sind wir gerade noch im Textmodus und dann haben wir hier dazu die passenden Eigenschaften, also welche Schriftart und welche Schriftgröße, und die Schriftgröße ist definitiv zu klein, das muss viel, viel größer werden. Was nehmen wir da? Kommt, nehmen wir 96. Ja, das sieht auch ganz vernünftig aus. Ich sehe auch, hier ist ein Tippfehler drin, ein doppeltes A. So, kann ich noch das Ganze verschieben, wo ich es hinhaben möchte, und kann auch dann die Schriftfarbe verändern. Wie gesagt, bei Paint.net erst eingeben und dann alles anpassen. Also ich möchte es gerne nicht in schwarz, sondern in weiß sehen. Macht er. So, dann gibt es neben dem Atos da hinten noch eine zweite AIM, die ist hier etwas versteckt. Das ist Windrauch-Eck-AIM, Windrauch-Eck. Und habe auch diesen Text fertig. Und dann würde ich vielleicht noch einen Pfeil haben, der da drauf zeigt. Sagen wir mal hier, das Atos, jetzt ist doch ein bisschen weit weg die Schrift, ne. Ich möchte die Schrift jetzt doch nochmal etwas dichter da dran bekommen. Und das geht folgendermaßen. Nämlich der Ausfallbereich. Richtigiger Ausfallbereich. Geht übrigens auch schneller anzuwählen mit der Taste S. Das schreibt er auch mal dazu. So kann man das mal schnell lernen, welche Taste zu welchem Befehl führt. Aber ich klicke es jetzt einfach mal an. Und dann markiere ich hier den Bereich um das Atos aus. Und jetzt alles, was ich mache, betrifft nur diesen Ausfallbereich. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich ziehe eine Linie von da nach da, steht fest, die Linie ist nur in dem ausgewählten Bereich zu sehen und ansonsten nicht. Will ich aber jetzt gerade nicht haben. Hier will ich auch wieder wegmachen. Also rückgängig. Sondern ich möchte gerne diesen ausgewählten Bereich verschieben. Und das geht in den Befehl rechts daneben. Da ist ausgewählte Pixel verschieben. Oder auch mit Tast M. Und jetzt kann ich das hier anklicken und kann das dahin schieben, wo ich es hinhaben möchte. Und stelle fest, oh oh. Nicht nur der Text hat sich verschoben, sondern der Text ist schon gleich mit dem Hintergrundbild verknüpft worden. Und jetzt verschiebt sich alles zusammen. Das ist nicht gut. Ich fange am besten nochmal ganz von vorne an. Das heißt, ich mache die Datei zu. Gehe da oben oder mit STRG W auch. Öffne die Datei nochmal. Das geht auch mit STRG O. Nochmal Mandelwende Original. Und arbeite jetzt ein bisschen anders. Und zwar nehme ich jetzt noch ein Fenster dazu. Das Fenster heißt Ebenen. Das ist sehr praktisch. Ebenen kann man sich so vorstellen wie durchsichtige Folien. Das heißt, ich erzeuge jetzt eine neue Ebene. Anschaulich gesehen, ich lege eine durchsichtige Folie über das Bild drüber. Und alles, was ich jetzt mache, mache ich in dieser Ebene. Das heißt, ich gehe jetzt hier wieder auf Text. Und Arthur Haus gebe ich hier wieder ein. Hier Windrauch-Eck. Und das, was ich gerade gemacht habe, kann ich hier auch machen. Also ich gehe jetzt hier auf rechteckiges Fenster. Markiere den Bereich. Und jetzt kann ich das Ganze verschieben, ohne dass das Hintergrundbild davon betroffen ist. Weil ich eben in der Ebene darüber bin. Also auf der Folie, die da drüber liegt. Hinterher kann ich alle Folien wieder zusammenfügen. Das ist gar kein Problem. Ich kann auch die Windrauch-Eck-Ein dahin verschieben, wo ich sie haben möchte. Sagen wir mal da unten. Dann kann ich von unten einen Fall gleich dran machen. Ich kann auch hier die Ebene mal unsichtbar machen. Dann sieht man, das steht alles auf dieser Folie. Oder diese Folie mal unsichtbar machen. Okay, weiß auf kariert sieht man jetzt nicht so gut. Aber der Text ist auf jeden Fall da. Ich muss auch mal aufpassen, in welcher Ebene ich gerade bin. Das muss ich markieren. Dann mache ich von mir aus noch einen Pfeil dazu. Dann zeigt dieser Pfeil jetzt hier auf das Arthur Haus. Und dieser Pfeil auf die Windrauch-Eckheim. Vielleicht möchte ich noch ein bisschen Farbe ins Spiel bringen. Dann kann ich das Ganze ausmalen. Dazu gehe ich erst auf Ausmalen. Dann stelle ich hier ein, in welcher Farbe. Das kann ich aber auch noch nachträglich machen. Und dann klicke ich an, was ausgemalt werden soll. Oh, jetzt hat er alles ausgemalt, was weiß ist. Was daran liegt, dass zum einen hier die Toleranz sehr hochgestellt ist. Und zum anderen steht das Ganze hier auf Global. Ich möchte aber nur den zusammenhängenden Bereich haben. Bloß alles, was weiß ist, ohne das, was dazwischen kommt. Dann kann ich hier die beiden Pfeile einzeln rot ausmalen. Das Globale ist auch ganz praktisch. Ich zeige das mal hier. Ich klicke jetzt das W an. Gehe dann auf Gelb, sage ich mal. Ich möchte den Text in Gelb haben. Wenn ich jetzt auf Global gehe, dann malt er alles, was weiß war, in Gelb aus. Er guckt aber übrigens mal ein bisschen auf Toleranzen. Also wenn ich zum Beispiel hier hinten den Schnee oder so im Hintergrundbild haben möchte, das ist ja nicht alles exakt der gleiche Grauton. Dann kann man gucken, wenn ich auf 0% stelle, dann ist es nur ganz exakt der gleiche Grauton. Dass hier vorher alles weiß war, bleibt es auch. Und je größer ich die Toleranz einstelle, desto mehr malt er mir da aus. Irgendwann, wenn ich nur die Randpixel gebe, sondern dann wird irgendwann alles gelb. Aber das will ich ja gar nicht. Was ich jetzt übrigens auch noch machen kann, das würde ich euch vielleicht noch mal zeigen. Ich markiere nochmal den Bereich hier um das Arthur-Haus drumherum. Ich kann die Pixel verschieben. Das geht unter anderem auch hier mit diesem Bereich. Ich kann aber auch den Ausfallbereich verändern. Größer werden, kleiner werden lassen, wenn es so reingestellt ist. Ich kann hier auf die Ecke gehen und dann kann ich es in alle möglichen Richtungen ziehen. Wenn ich es dabei nicht verzerren möchte, dann müsste ich die Shift-Taste drücken. Wenn ich jetzt hier Shift drücke, dann kann ich es nur größer oder kleiner machen, aber nicht verzerren. Wenn ich die rechte Maustaste drücke und ich bin am Ende, also ich gehe so in eine der Ecken, tippe die rechte Maustaste, dann kann ich das Ganze auch drehen, wie ich es haben möchte. Will ich jetzt hier alles gar nicht, aber ich wollte euch nur mal zeigen, das geht auch. Was ich jetzt noch als letzten Trick dazu fassen möchte, ist, ich möchte das Ganze mit so einem Schatten unterlegen. Und das funktioniert folgendermaßen. Ich markiere alles, was mit dem Schatten versehen werden soll. Ich kopiere das in die Zwischenablage. Ich erzeuge noch eine neue Ebene und füge das wieder aus der Zwischenablage ein. Es hat sich anscheinend erstmal nichts verändert, aber ich zeige jetzt, es hat sich doch was verändert. Und ich habe jetzt eine Ebene, wo der ganze Quatsch auch nochmal drin ist. Ich packe mal hier an und verschiebe das hier und ich sehe, es ist zweimal da. Jetzt kann ich das hier so ein bisschen weiter nach links nach oben versetzen. Sagen wir ungefähr so. Jetzt merkt ihr schon ein Problem. Wenn ich wirklich ernsthaft arbeite, dann habe ich hier nicht nur 1, 2, 3 Ebenen, sondern auch mit unter 8 oder 9 Ebenen. Und da kommt man ganz schnell durcheinander. Damit mir das nicht passiert, kann ich die Ebenen auch beschriften. Also das soll jetzt meine Ebene werden, wo Texte und Pfeile drin sind. Und dann einfach Doppelklick drauf, Texte und Pfeile, Enter. Und dann steht hier auch, das ist die Ebene, die Texte und Pfeile enthält. Das soll die Ebene werden, die Schatten enthält. Doppelklick und dann nenne ich das ganze Ding Schatten. Sieht allerdings noch nicht so aus wie ein Schatten, aber das kann ich jetzt gleich ändern. Dazu zoome ich mal ein bisschen rein, mache mal die Texte und Pfeile Ebene komplett unsichtbar. Das soll jetzt hier alles grau werden. Das heißt, ich gehe jetzt hier wieder auf den Farbeimer, stelle mir ein schönes Grau ein. Ja, da sind die Randpixel noch nicht ganz erfasst. Ich kann die Toleranz ja mal noch ein bisschen erhöhen. So ist vielleicht besser. Und von Arthur House auch. Dann sehe ich hier, alles ist jetzt ganz grau geworden. Und zusammen mit der Ebene darüber, die ich jetzt wieder sichtbar mache, sieht das eigentlich so schön aus, als wäre da jetzt ein Schatten drunter. Dann kann ich auch die Ebenen zusammenfassen, also zum Beispiel die Texte- und Pfeile-Ebene und die Schatten-Ebene zusammen. Jetzt ist das Ganze in einer Folie und ich kann das Ganze nur zusammen verrücken. Was auch noch geht, ich kann die Deckfähigkeit der Ebene verändern. Das heißt, ich kann von komplett undurchsichtig, das ist der Wert 255, bis zum Wert 0 runterziehen. Und je weiter ich das runterziehe, desto durchsichtiger wird die Ebene. Das muss man dann entscheiden, was man schön findet. Ob man es ja wieder ganz kräftig als Text haben möchte oder ob man das Hintergrundbild noch ein bisschen erahnen kann. So finde ich auch ganz nett. Zu guter Letzt kann ich das Ganze abspeichern und hier gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder ich will mein Bild mitsamt den Ebenen speichern. Wenn ich jetzt so auf Speichern gehe, dann sagt er automatisch auch, das ist eine Paint.net-Datei. Ich nenne das jetzt mal Mandelnwände mit Ebenen und speichere das Ganze. Und wenn ich jetzt die Datei schließe und dann wieder öffne, dann habe ich auch wieder die beiden Ebenen, Hintergrund und, na gut, heißt jetzt Schatten, ist ja auch egal. Und der halbdurchsichtigen Ebene, die ich auch wieder verändern kann, kann sie wieder undurchsichtiger machen, ganz wie es gewünscht ist. Aber das ist eine Datei, die nur Paint.net bearbeiten kann. Das heißt, ich kann das Bild jetzt nicht irgendwie mit einem anderen Grafikprogramm öffnen. Ich kann es nicht irgendwie einfügen in eine Textdatei oder ähnliches. Wenn ich das machen möchte, muss ich ein anderes Format nehmen. Da gibt es zwei Standards. Das eine wäre Paint Network Graphics, PNG und das andere ist JPEG. Die anderen ignorieren wir einfach erst mal. PNG-Dateien sind netzwerksicher. Das heißt, die Datei wird dann auch in anderen Programmen geladen und es gibt überhaupt kein Problem damit, dass alle Farben erkannt werden. Auch durchsichtige Farben sind dabei. Allerdings die Farbpalette wird etwas reduziert. Bei Fotos würde ich ihr JPEG empfehlen. Jetzt passiert folgendes. Wenn ich das Ganze jetzt speichern möchte, ich habe es mal Mandelwende 2 genannt, dann sagt der mir auch Zusammenfassen. Das Bild wird zusammengefasst. Damit meine ich eigentlich, die Ebenen werden zusammengefasst. Wenn ich jetzt auf Speichern klicke, dann hat der mir automatisch nur eine Ebene draus gemacht. Das heißt, JPEG-Format kennt nicht mehrere Ebenen. Ich öffne jetzt mal Mandelwende 2. Der Text ist da. Alles gut, aber es ist alles zusammengefasst in einer Ebene und ich kann es auch nicht mehr in mehrere Ebenen aufsplitten. Ja, und das war es auch schon wieder zum zweiten Modul. Wenn du noch mehr Funktionen von Paint.net kennenlernen möchtest, bleib einfach dran. Schau dich um. Hier sollten, vielleicht nicht heute, aber in den nächsten Tagen noch weitere Module zu der Software auftauchen. Mach's gut. Bis dahin. Viel Spaß mit deinen eigenen Bildern. Und tschüss. Und tschüss.